Herzlich Willkommen zurück zu Dragon Quest Heroes 2 mit mir. Der gute Einsammerkammerkratze ist natürlich meine Wenigkeit. So, wir legen los. Ich bin heiß. So, Zeit für einen Besuch im Turm der Eintracht, um herauszufinden, was König Ekelfritze... Satana ist beleidigend. ...und seinem Bruder Vorhaben, was? Äh, sie werden sich im Drohnensaal auf der Spitze befinden. Er ist am schwersten zu erreichen und am besten geschützt. Alles klar, dann schmieden wir mal das Eisen, solange es heiß ist. Wir müssen schleunigst den Turm bestreigen. Hm, du willst wie immer blind drauf los. Auf eine Konfrontation mit einem solchen Feind sollten wir uns vorbereiten, findest du nicht? Er hat recht. Nehmen wir uns Zeit, uns zu wappnen. Wir treffen uns am Ende des Fußes, am Eingang des Turms. Sooo, ich geh einfach mal... Ich geh einfach mal... So, ich hab mal ein bisschen... Offscreen... Mal ein bisschen was gemacht, dass ich zusätzlich noch... Äh, mehr Punkte verteilen kann. Dann hab ich noch Punkte... Äh... Solche Späße halt. So. Hier wären wir also, wir sollten uns wohl auf den schlimmsten Gefass machen. Rätseln, Fallen, das volle Programm. Und natürlich Monster. Hede Menge davon. Härter als alles, was wir... Äh, jetzt zu tun hatten. Bist du bestimmt bereit dafür? Aber, Sushi, Digi. Äh, ich war noch nie so bereit für etwas wie jetzt. Der Hochkönig soll ruhig alles aufbieten, was er hat. Wir werden schon mit ihm fertig. Hm. Das ist die richtige Einstellung. Dann wird es jetzt Zeit. Ähm, Alter. Rein damit. Oho, Späremonsterhäuser der Wildheit, die uns erwarten. Jürgen meine Fäße vor Vorfreude. Komm, kämpfen wir uns vorwärts. Oh, yeah. Wie müssen wir simultan in schwindelnden Höhlen aufsteigen und kämpfen? Göttin, warum prüft ihr euren Dienern mit solcher Härte? Das schaffst du nun doch mit links. Komm schon, wir müssen uns beilen. Bin ich mal gespannt, welche Monster auf uns warten. Äh, diese Tür führt zur Treppe. Ich glaube, ich habe sie noch nie geschlossen gesehen. Äh, ich glaube, das ist ein anderer Weg hinauf. Leider nein, aber wenn wir, wenn ich mich nicht recht erinnere, befindet sich der Hebel, der sie öffnet, im östlichen Wachtturm kommt. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Monster uns hier, äh, entgegenkommen. Kurz gucken. Hier muss ich ihn gucken wegen Kisten. Ganz wichtig. Oder ich will meinen anderen haben. Oder? Ich will meinen anderen haben. Den will ich haben. Nein, ist auf dem falschen. Genau den will ich haben. Mein Freund mit dem Langschwert. Jetzt zahlen Sie sich und bin geblendet. Na, aber, Freund. Diese Kack-Tricks-Teile, ey. So. So, der ist weg. Sehr schön. Ja, der lässt so in eine Münze fallen. Sehr gut. Den habe ich doch schon mal eingesammelt mit dem Gold Golem. Komisch. Vorwahrscheinlich der Schwarze. Ähm, macht einen Abstand. Das war schön. Ne, den Sack fisch. Haben wir da eigentlich noch so ein Dings rumliegen? Ne, oder? Ne, schade. Gut. Oh nein, die Kloppies. Das ist ja richtig abstoßend. Sehr schön. Sehr schön. Ja, wunderschön. Oh, Alter. Das Ding macht Schaden. Das macht richtig Aue. Frierein, Frierein, Frierein. Ja, sehr schön. Gut. Gut. Juhu, ne? Muss man natürlich schon wieder tricksen hier. Ich hab ne Katze auf dem Kopf. Die Katze ist ja richtig assi. Gut, der hinten ist eingefroren, sehr schön. Mensch! Der ist eingefroren, sehr schön. Der ist eingefroren, der ist tot. Ne, der hebt noch. Ne, der ist tot. So, den heben wir uns auf jeden Fall safe auf. Gibt's zur Tür, da will ich jetzt noch nicht hin. Ich werde denn eigentlich die Medaille, wenn ich eigentlich von denen haben. Ey, der hätte mich tot gemacht? Hätte ich das jetzt nicht gemacht. Wie assi ist das denn? Ich muss weitergehen, ich muss weitergehen, ich muss weitergehen. Ich werde ja ohne Grund mein, 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 mein Boost jetzt verschwendet haben. Ey, was ist denn das für ein Arschloch? Der hätte mich alles gerade weggemacht. Gut, der ist, der ist gefreezed. Oh, alter Bruder. Sehr schön. Eingefroren. Er hat den Levy gekriegt, oder? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Gut, der ist auch weg. Weg, weg. Weg, horisch, ne? Ah, das war ne Falle. Na, Postmetz hat. Das gibt's ja auch noch. Na, bitte gehen wir mal an der Seite malen. Mal schon mal, jetzt muss ich mal gucken, war das komplett über das Ganze verteilt? Gut, ich komme da jetzt wirklich nicht lang. Und die ist einfach ne fucking Sackgasse. Nice. Okay. Und weg damit. Die Tür ist fest verschlossen. Damit sie ja aus den Weg, Freund. Der lebt noch. Jetzt ist er weg. Das ist der Anfang. Okay, okay, okay. Ich muss alle Wege mal durchgegangen sein. Das fährt zu. Der Typ ist egal. Gut, die sind auch alle weg, jetzt. Gut, die sind auch alle weg, jetzt. Auf der anderen Seite war nichts logisch, oder? Achso. Ich kann das gar nicht komplett machen. Hä? Nichts drin. Bleib mich gerade, da ist so ein Kistenmonster drin. Ah. 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 nice level sehr gut so macht es doch spaß muss ich zurück so war noch springen um hat sich jetzt eine tür geöffnet jetzt wurde falsche scheiße ach so oder war das jetzt hier der schalter für die für die richtige töte busch rein muss war das zu schalter für die tue ne ne war so eine scheiße gut damals die mo geklärt so problem erkannt problem gebannt aber wo ist die die ach die die hat sich geöffnet wird ja auch angezeigt dass die tue sich geöffnet ich bin nur so ein treps alter gut rennen wir mal weiter ne erstmal kurz durchsensen hier so batz 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 also die sind gar kein stich das tut mir schon fast ein bisschen leid was ist denn hier hinten ja moinsen alter jetzt über alter übertreib nicht deine rolle das ist ja schön sehr schön sehr schön alter die stehen nur da und machen nichts was ist denn los mit den leuten jazeln jazeln das hat sogar noch geklappt war das eng nochmal so mein freund die stehen einfach nur da und machen nichts einfach mal drauf auf mensch kurz weg machen die gestalt eines ok das ist natürlich heftig alter das ist ja was ist er da da geht ganz genau so wie ich das sein so wie ich das gehört alter hier mein freund zack so muss das sein zack immer schön durchgehen oh nein schwarzer schön ausgewischen komm frier ja sehr gut oh nein 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 scheiße komm her komm 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 ausgewischen sehr schön nein das wollte ich gar nicht scheiße das war nicht der plan das war überhaupt nicht der plan das war überhaupt nicht der plan kacke sehr schön sehr schön noch mal nein ich wollte die anderen haben ich wollte eigentlich den goldgolem haben ich wollte eigentlich den goldgolem haben dann nehme ich halt den hinten müsste da wahrscheinlich dann eine schlüssel drin sein Du hältst den Gold, Born. Willst du mich verarschen, Alter? Muss ja dabei alles abgehen. Das kann doch nicht sein. K, Pfeile in die Kleine. Hör mir an. Du wirst zu erwähnen, aber es war nicht so gut. Du kannst, wenn du dich verlagend �unst. Das ist natürlich eine gute Frage. Ich möchte ja die richtige Falltür finden. Die Tür hat sich geöffnet. Hat sich die Tür jetzt hier unten geöffnet? Ich bin komplett im Kreis gelaufen, ich bin ein Idiot. Gut, das vergessen wir mal komplett. Ich muss hier hoch. Hier rein. Hier rein. Oh, dem Himmel sei Dank, dass ihr hierher seid. Bitte könnt ihr mir helfen. Nach der Verwandlung des Hochkönigs sind meine Freunde und ich hierher geflüchtet. Aber dann habe ich kurz weggesehen und da hat er sich auf einmal verfünffacht. Er ist der einzige der weiß in welchem Raum der Schalter für die Tür unten ist. Aber die Finns sind überhaupt nicht einig. Die 1 in 5 sprechen und herausfinden in welchem Raum der Schalter für sich befindet. Nur mein echter Freund wird die Wahrheit sagen. Die Wache, die ihr mir direkt gegenüber übersteht, sagt die Wahrheit. Bitte, ihr müsst mir glauben. Der Schalter ist unten in der Tür direkt gegenüber von mir. Bitte, ihr müsst mir glauben. Der Schalter ist hinten hinter dieser Tür. Bitte, ihr müsst mir glauben. Die Wache zu meiner Rechten ist ein maskiertes Monster. Bitte, ihr müsst mir glauben. Der Schalter ist nicht hinter dieser Tür. Er ist hinter der Tür direkt gegenüber von mir. Bitte, ihr müsst mir glauben. Bitte, ihr müsst mir glauben. Ach so, 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 so. Der Typ sagt auf der rechten Seite neben mir ist ein Monster. Also müsste es ja quasi der sein. Ach so, ich muss jetzt in die Falle. Das ist wirklich assi. Wat? Die machen ja Breakdance-Party, Alter. Rishishunku. Guck mal kurz rein. Der ist schon tot? Wat? Diese kleinen Drecken gegen die Boster, ey. Naja. Erstmal kurz hier Platz machen. Oigen. Dann. Tas're. alenee. Du bist so leger halbmter. und nachgayろ. Abwehr wurde er hört. Alter Schwede. 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 Alter Schwede.